Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Game of Thrones. Ich habe das letzte ein wenig unglücklich abgebrochen. Da kam gerade noch ein Mann auf den Mauern von Ironrath, der sagte, hey, Varit Skerritt. Weil ich weiß hier leider nicht ganz so genau, wann die Speicherpunkte sind und woran ich das erkenne. Ich glaube, es sind immer die Zahnräder, die sich unten drehen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Deshalb, weil ich die zweite Folge gleich im Anschluss aufnehme, falls es euch nämlich so gut gefällt, dann kommt hier nämlich die zweite jetzt. Gleich als nächstes, extra für euch, jetzt schon produziert, damit ich was habe für euch. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was jetzt passiert. It's got it. Achso, holt den Kastellan, sagt ihm, der Nef hat überlebt. So kurze Sachen kann ich schon übersetzen, aber bei vielen langen Texten muss ich ja selber kurz hinhören und kann euch das höchstens zusammenfassen, aber alleine dadurch, was passiert, seht ihr das schon. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall trotzdem. Ich will gar nicht, dass der Meister uns hilft. Okay. Die anderen waren die White Hills, okay, okay. Deswegen hat er die Befehle. Nee, das hat keinen Sinn. War acht? Das ist mega eklig. Mit acht Jahren und er schlachtet sie ab. Was ist denn los mit denen? Dankeschön, Meister. Free the Masters. Kill the Masters. Free the... Nice. Oh! Oh, ich habe bloß vergessen, dass es sowas geht. Können wir auch nicht. Können wir auch nicht. Oh! Nee, will ich gar nicht. Ihhh! Au! Ach, ich muss das so machen. Okay, so länger ich das halte. Äh! Was eine Abartigkeit! Was ist denn los? Ihhh! Ihhh! Ja, wir haben den Lord und den ältesten Sohn verloren. Ja. Oh, Roderick, ein Mann, aber er hat sich gemacht einen guten König, aber er hat sich gemacht einen guten König. Wir werden uns niemals zerstören. Oh! Pythagods, ich hoffe, dass Sie richtig sind. Wenn Sie die Königin der Königin ist, ist jetzt der Königin von Ethan, dann ist der Königin, und alle zusammen nicht bereitstehen. Okay. Oh, das ist gut. Äh, das wird ein bisschen verletzt. Ja. Äh, da sind noch Maden drin, die sich jetzt das tote Fleisch geben, oder was? Bah! Okay. Ich kann gehen, ich kann gehen. Lockett, da komm, guck mal, ob mir das Familie gehört. Ja, das ist Mira. Mira? Sie ist noch in King's Landing, ich glaube. Obwohl, ich wundere mich, ob sie sie nach Hause bringen. Sie ist in King's Landing, also in Königsmund, das macht sie da. Krass. Ryan. Er ist der Viertgeborene. Asher. Er ist verbannt worden nach Essos, okay. Talia und Lord Ethan, also die Schwester und noch ein Sohn, wahrscheinlich dann der... Lord Forrester. Lord Forrester. Er hat nicht meinen Namen. Er heißt einfach nur Lord Forrester. Unser bester Krieger. Oh, learn more about the... Forrester's menu... On the menu Codex page. Codex, nice. Gregor heißt er mit Vornamen. Gregor Forrester. Lord Forrester ist Lord of a strong northern house and a bannerman of House Stark. Er ist ein Vaseil des Hauses Stark und der Leiter eines nördlichen... Also eines der Häuser hier. As a youth, he famously arm-wrestled Galbert Glover for the privilege of becoming the men's choir. Er hat Glover later joked that he'd gladly lose the match all over again. Gregor married Elizabeth Branfield a daughter of southern Targaryen Loyalists before Robert Baratheon faced the iron throne. Er hat eine Targaryen geheiratet. Die Targaryens waren vorher die Könige, bevor Robert Baratheon seine Rebellion da ausgerufen hat und gegen die gekämpft hat. Er hat eine geheiratet, eine Loyalistin dazu. Also eine Tochter eines Loyalists der Targaryens, also eines Gegners quasi. Er Okay. Dann hat er, als er jung war, Galbert Glover, das ist ein richtig cross-starker Mensch, zum arm-wrestling herausgefordert, um sein Squire zu werden und sein Knappe. Gregor eskend to the lordship after his father died at the trident. Der trident war der Kampf, war die Schlacht, wo Robert Baratheon den erstgeborenen Sohn der Targaryens erschlagen hat und es war eine riesige Schlacht an dem Fluss, das ganze Wasser war blutgefärbt und ja. Danach ist der Vater von ihm gestorben und als die Elite Haus Forrester seit 16 Jahren und er leitet laut Haus Forrester seit 16 Jahren. Lady Elisa Forrester Elisa Forrester was born to Haus Branfield. Sie ist in Haus Branfield geboren, ein Minna, ein niederes, südliches Haus, das zerstört wurde, als die Targaryen gefallen sind. Sie wurde mit Gregor verheiratet als der ja, als der Untergang der Familie klar wurde in der Zeit. Yet the nonthleth felt conflicted between her father's loyalty and her husband. In time Elisa come to feel that Ironrath was her true Ja, sie hat festgestellt dass sie in Ironrath das wahre Leben ist, dass sie hier wohnen will, dass es ihr Zuhause ist and she embraced her role as a Forrester's materieal und sie hat ihre genie- ja, embraced akzeptiert die Rolle äh als neue Hausfrau von Forrester's She has silently sworn that she'll never see a family destroyed again Okay, sie möchte niemals wiedersehen, dass ihre Familie zerstört wird. Roddick Forrester Firstborn Son Lord Forrester's eldest son Roddick was trained from an early age to shoulder the bird of leadership Er ist schon seit jeher auch zerzogen worden das Haus irgendwann zu leisten In truth he was built for the role Er war quasi gemacht für diese Rolle Stark charismatisch und sehr gut auf dem Schlachtfeld When Rob Stark called his banners to war Lord Forrester asked Roddick to stay behind and protect Ironrath Lord Forrester hat als die Schlacht ausgerufen wurde Roddick gefragt ob er zurückstecken würde und zu Hause bleibt um das Ironrath zu verteidigen also das Haus aber Roddick would have none of it Aber er sagte nein Instead he rode off at his father's side Er ist mit seinem Vater ausgeritten als sie loszogen Sein Name wurde gefürchtet weil er die Kavallerie der Forrester so gut führen konnte Offensichtlich gibt's Usher Forrester Usher had always been a rebellious youth Er war immer schon ein Rebell Brawling in Tavernes Er war in Tavernen Sleeping mit Huren geschlafen Ok Und sein Vater hat er wütend gemacht But his life took a dark turn when at age 17 he fell in love with Gwyn Whitehill Und sein Leben wurde schlagartig verändert Er nahm eine dunkle Färbung an als er Gwyn Whitehill liebte Die Eier Also kurz zu knapp Er wurde verbannt weil er diese Gwyn liebte Denn die Whitehills und die Forresters hassen sich Und dann wollte er das nicht zugeben wollte sie heiraten und ne Und geht ist gegangen Mirror Forrester Lady Forrester wanting her eldest daughter to learn the way of Thousand Cod Sie wollte das Also das ist klassisch Sansa Stark Also beziehungsweise diesmal wollte es die Mutter halt Dass sie lernt wie man sich im Süden fällt Und hat sie als Handmaiden also als Kammerzofe von Marjorie Torell verkauft Blablablab Das ist viel zu viele Lol Ich kenn die Hälfte von denen noch nicht mal Ist mir jetzt auch egal The Lord's Chair Ich lese euch den Rest nicht mehr vor Vielleicht ein anderem Mal aber nicht jetzt Ja Look at the Lord's Chair Witzig Cool Ein Stuhl Mit dem Bannament Der Forresters wahrscheinlich Ein Window Krass Ein Fenster Ah ok The Ironwood Grove Der Ironwood Grove Heißt Wald Ist das auch ein Wort für Wald Ironwood Die Forresters Alleine Forest ist Wald Das sind die Waldmenschen quasi Ja die haben ja auch den Ironwood Das ist so ein super geiler Baum irgendwie Wie das soll irgendwas tolles können Look at my horse My horse is amazing Gw delict Muss ich da jetzt noch irgendwo drauf drücken Ich habe jetzt alles mir angeguckt Was ich ansehen will Ich hab keinen Bock jetzt hier noch auf Show Nein Lock at Talk to Talk to Ist bestimmt was zu erzählen Mir geht es gut Nein Ich fühle mich stark mit meinem Bein Das wurde mir fast abgeschnitten Ja Warum mögen die uns nicht Ok Es war schon immer Empathie Ok Ein paar haben den gekillt Dann haben ein paar andere den gekillt Und dann war kacke Can I leave now Da ist sie Ja 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 Es ist wahr Wie süß Die kleine Wie alt ist sie Oh ich glaube sie mag ihn Oh Ich glaube sie findet ihn süß Wie niedlich Das ist bestimmt das was eine Frau hören will Wie toll ihr Mann gekämpft hat Ja 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 toll Das sind so Worte die Mutter bestimmt hören will Er war der Beste Bla 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 Ja 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 Ich gebe wieder schwer Ja 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 Ja, toll. Sie werden dafür bezahlen. Du... Ja, genau. Wann denn dann? Ja, die haben unsere Familie gekillt. Ja und? Dann hemmen wir halt mit dem Rest. Ja. Ja. Ja, natürlich nicht in deren Augen, aber die haben uns angegriffen. Alter. Was? Ja, als... Als ob! Wir sind tot. Ja, wir müssen die Familie retten. Nee. Ja, das ist alles an sich überhaupt nicht fair. Der Typ wollte uns abschlachten und wir werden auf die Mauer verbannt. Als ob! Stopp! Es ist so lächerlich. So übelst lächerlich. Ist das zum Kotzen. Ich hab das... Äh! Wir können nicht mal richtig laufen. Du Ranzbratze. Ja. 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 Toll, du schickst deinen Neffen weg. Du bist auch... Ja. Ja, wo ist die Neffen weg? Ja. Ja. Wo ist das? Ja. Ich kann nicht sagen. Nicht noch. Nicht noch. Nicht noch. Nicht noch. Ich glaube, das ist nur ein Myth, von wilden Längen und Füllen. Das ist besser, dass du das hier nicht behalten kannst. Du hast nicht gesagt, jemanden. Das ist wichtig, Garrett. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich habe niemanden gesagt. Gut gemacht. Der Herr Forrester war recht, seine Hoffnung in dir zu setzen. Ja, okay. Toll. Was ist es denn? Du bist ein Ranger auf der Mauer werden, damit wir das helfen. Okay, wir müssen ein Ranger auf der Mauer werden, damit wir das helfen. Also die Rangers sind die, äh, wie heißen die überhaupt? Die, 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 die Grenzgänger quasi, die rübergehen auf der Mauer, auf die andere Seite. Ich werde stark sein. Wir werden die Dreckssäcke wegbumsen. Ja, ihr Sacksäcke habt überlebt. Was ist los bei euch? Ui, sie findet uns wirklich süß, glaube ich. Mr. Estalia, gib mir das mal. Tails, Niklas. Ah, das heißt Kette. Ha, wir haben eine Kette gekriegt mit dem Symbol. Sag ihr, dass du sie liebst. Tu es, das letzte Chance. Ob er sagt. Doof gelaufen. Es ist traurig. Und ich wollte doch Abschied nehmen. Ich denke, das wird es gewesen sein für diese Folge. Da war auf jeden Fall das Speichersymbol. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich hoffe ihr hattet Spaß, wie beim Zusehen. Und ich hoffe ihr steigt ein wenig durch die Story durch. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Ich würde sagen, schaut gerne unseren anderen Videos vorbei. Und ja, tschüss!